So Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure DX Director's Cut. Yo, ich bin hier schon mal aus den Eishöhlen rausgelaufen, da ich mich irgendwie daran erinnern kann, dass wir die im letzten Fahrt abgeschlossen haben. Und jetzt habe ich wieder No Plan. Normalerweise hätte ich jetzt No Plan. Aber, als ich rausgerannt bin, habe ich da hinten dieses komische rote Etwas, was unseren guten Kumpel Knuckles ähnlich sieht, gesehen. Und da rennen wir einfach mal hin. Oh nein! Die Chaos Emeralds! Ha 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 ha! Ah, Eggman. Oh! Ha! Like taking candy from a baby! Das ist ein Chaos Emeralds! Das ist richtig, Typ. Du hast es zu einfach gemacht. Du hast es praktisch gegeben. Du hast es mir praktisch gegeben. Du hast es dir, Kumpel. Du kannst nicht wegschrauben mit demnühen. Knuckles, nicht sagen, dass Eggman wiedergültet hat dich wieder. Ich? Was für dich? Way to go knucklehead Now I have four lovely emeralds Chaos My friend Oh, he transformed again! Man, no one has ever cut us any slack! Verdammt, jetzt haben wir nur noch drei Chancen, Eggman aufzuhalten. Dass er schon vier hat, wusste ich nicht. Ich hätte jetzt mit höchstens drei gerechnet, aber... Hier? Was macht der Typ in seiner Freizeit? Na gut. Hoffen wir, dass wir Chaos direkt jetzt zerstören können. Denn dann bringen ihn die Chaos Emeralds ja eigentlich total wenig. Wenn wir Chaos direkt jetzt zerstören können. Boom! Okay, er baut sich aber immer wieder zusammen. Ja, ist eh klar, ne? So komisch, das Flüssigzeug baut sich immer wieder neu zusammen. Das kann man nicht so leicht zerstören. Boom! 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 Komm! Yeah! Getroffen! Es ist eigentlich total random. Ich klicke einfach hier die ganze Zeit den A-Knopf. Irgendwann wird es schon klappen, ne? So sieht das gerade aus. Für euch wahrscheinlich auch, aber... Wow! Wo kämpfen wir hier eigentlich? Das sind doch nicht die Mystic Ruins! Let me! Da ist er. Boom! Okay, er wird nicht aufhören, bis wir ihn getötet haben. Verdammt nochmal! Gib mir den verdammten Ring! Okay, ich habe einen, glaube ich. Ich habe einen, ich habe einen. Wow! Verdammt! Ich muss ihn irgendwie treffen! Bevor er mich... ...trifft. Ne? Okay, wunderbar. Puh! Anstrengende Bosse! Ne, nicht wirklich eigentlich. Es gibt schwere Rennen, Sonic. Aber gut. 580. Hey, schon eine Zahl. 580. 580. Anstrengende Bosse. 680. 1. 2. 580. 580. 680. 780. 880. 580. 980. 580. 580. Wiedersehen, meine Freunde! Hey, wir können ihn nicht wegnehmen! Wir kommen zu meinem Werkzeug und wir nehmen den Tornado! Ja! Ihr seid ihr, ihr seid! Ich habe ein wenig unendetiges Geschäft, um zu beschäftigen. Kein Problem, Knuckles! Wir werden hier alles beschäftigen. Komm schon, los geht's! Um, ja. Sarnak! Wait here for a second! 2 3 1 1 1 1 2 3 3 2 3 Das sah damals auch schon so verdächtig aus. Und jetzt fliegen wir im Tornado. Meine Frage ist, jetzt kann ich irgendwie mit irgendeinem Knopf was machen? Anscheinend ja. Wenn die mir ein bisschen... Ich schieße doch, oder? Oder ist das... Nee, ich schieße nicht. Ich glaube, irgendwann mache ich falsch. Naka. Irgendwann finden wir es schon raus, würde ich sagen. Ja doch, ich kann schießen. Ja, ich kann schießen. Mit dem Knopf hier. Schön, dass die Steuerung so toll erklärt wird. Ja, Nuckles hat mir das wieder reinlegen lassen. Hat jetzt für Eggman den ganzen Drecksjob erledigt. So gesagt. Damit Eggman nicht mehr die Chaos Emerald sammeln muss. Und... Das ist scheiße für uns gelaufen. Aber genaueres werden wir dann wahrscheinlich in der Knuckles-Story erfahren. Wenn wir uns dann die ganze Sicht mit Knuckles ansehen, wie Eggman ihn reingelegt hat. Ich würde den Eiermann ja nie trauen. Aber gut, ist ja ein Knuckles-Entscheidung. Und hier kamen dann... Nee, die ersten Flugpassagen kamen schon in Sonic the Aircraft 2 vor, ne? Soweit ich weiß. Aber wie immer... Genaueres... Wenn ihr genaueres wisst, können wir mir da in die Kommentare schreiben. Oder wenn ich mal nicht weiter weiß, dann... Können wir mir natürlich auch helfen. Das Dumme ist halt, dass ich jetzt drei Parts wieder brauche. Und aus dem Grund... Drei Parts auch aufnehmen muss. Hoffen wir, dass ich drei Parts jetzt nicht festsitzen werde irgendwo. Aber es sieht eigentlich eh gerade nach Action-Stages aus. Und aus dem Grund... Glaube ich jetzt nicht wirklich, dass wir irgendwo festsitzen werden. Außer vielleicht hier, weil ich irgendwie verkacken werde die Stage. Das wäre doof. Aber gut. Ne? Der Tornado hält ja noch ein bisschen was aus. So, ob du... Der Eggman nicht seine... Seine Megawaffe aus... Ähm... Ähm... Du hast es geschafft! Weg zu gehen, Tails! Auf Sonic... Ähm... 2006 auspackt. Na, das ist was anderes, aber... Egal. Wow, okay. Ich dachte, er saugt uns jetzt ein, aber... Tatsächlich! Und runter geht's! Yay, ich weiß nicht, ob das gut ist. Gut, Freunde! Absturz! Taaals! Tails! Du bist nicht, wer ich suche. Oh, ich wundere, ob er okay ist. So, und jetzt habe ich wieder keinen Plan, wo ich hin soll. Wir gucken einfach. Da gibt es ja so tolle Sprechblasen, die uns da... so tolle Lichter, die uns da sagen. Wieder ins Casino? Wieder ins Casino? Okay. Wie kam ich nochmal total schnell ins Kino? Ich musste hier rein. Dann der Ausgang links, hier. Sonic, warte! Long time no see! Ja, äh, äh, Amy! What's wrong with you anyway? Listen, this birdie seems to be in trouble, so you need to be as bodyguard for a while. You must be kidding! If you don't, we're just gonna drag along anyway! Wow, und jetzt haben wir auch noch einen pinken Jägel spielbar gemacht. Ähm, ja, ab ins Casino, ne? Sammle 50 Ringe und zerstöre die Kapseln. 50 Ringe, kommt drauf an. Haben die hier noch die geilen Flip-Automaten? Dürften die ja noch. Ja, haben die sogar noch. Gut, dann, ähm... Ah, da oben bin ich. Wuhu! Elf Ringe haben wir ja schon, also 50 dürfte kein Problem sein. Aber irgendwie glaube ich, dass es denen gefällt, hier so'n... ...so'n Flipper irgendwie einzubauen. Also es scheint, also es sieht wirklich... Wow, das war geil. Das habe ich hammergeil gemacht. Es scheint ihnen zu gefallen, so'n Flipper-Tisch und so'n was einzubauen. In that game here. Aber... Laten wir die Sega Sonic Erfinder machen, was die wollen. Ist uns ja egal. Solange die hier ein geiles Spiel nehmen legen, was der Ultra noch nicht kennt. Habe ja auch schon viel gehört, dass der zweite Teil besser sein soll als der erste. Davon weiß ich jetzt nicht wirklich was, aber... Werden wir ja noch sehen, wenn der als Let's Play folgt, ne? Gut, wie ich da irgendwas bekommen soll, weiß ich nicht, aber... ...irgendwie jetzt funktionieren soll. Yeah, komm! Yes! Ring mal! 3K! Ja, wir haben die 50. Gut, dann, ähm... Wiedersehen! Letzter Sonic Ball! 70 Ringe haben wir schon, ja. 50 ist doch hier ein Klacks. Aber Sonic, du könntest gerne mal runterkommen. Okay, nochmal da rein. Auch okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-da. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da. Und dann darfst du jetzt eigentlich sterben gehen, weil ich brauche nichts mehr. Dankeschön! Dann rennen wir hier nochmal den Abfluss entlang und hoffen, dass wir daran nicht sterben. Aber wieso soll denn der Ultra sterben? Der Ultra kann das Spiel so gut, Freunde. Das ist unglaublich. Und wenn man dann auch irgendwann mal die Weltkarte auswendig kennt, dann ist es auch unglaublich. Freunde. Da scheiß drauf. Braucht niemand. Haben wir genug Ringe. Kann man nur noch den Counter ein bisschen hochbringen mit den Ringen, aber... Nee, ich brauche keinen Counter. Ein bisschen ehrgeizig darf man ja sein, aber... Man soll es dann auch nicht übertreiben, ne, Freunde? Und wie damals auch schon gesagt, wenn du dich jetzt treffen lässt, dann hasse ich dich, Sonic. Gut, Sonic. Gut gemacht. Wow. Ja, da kann ich mit dem Run eigentlich hier schon vergessen. Ja. Total. Da bin ich froh, wenn ich noch heil oben ankomme. Wat nein. Ach, das ist... Lame, 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 lame. Da sammelt man Ringe und für was macht man das? Für so eine Scheiße. Sonic ist total schlecht. Aber wo sind überhaupt die Container, die ich zerstören soll? Da drinnen wieder? Try and deposit as many Ringe as you can. It may even help show you the way. Gut. Wir brauchen eh nur 50, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber... Schon schade, dass wir es nicht geschafft haben, 50 hier ja direkt zu bringen. Ist dann ein kleines Stück peinlich, ne? Dass ich da getroffen wurde. Und so jetzt die hier zusammenfarmen, ist auch ein bisschen lame. Aber ich habe darauf jetzt keinen Bock, die Stage nochmal zu machen. Am Ende geschieht mir wieder dasselbe und dann, ne? So. Dann kratzen wir die paar Cent noch hier zusammen. Die 38 Münzen, das wird doch kein Problem sein, oder? Nein, Sonic aus. Böser Sonic. Liefern wir die 29 wieder ab. Das war dumm, Sonic, aber hm. Die Kamera ist total scheiße, yo. Wir sind schon wieder 6 Minuten in der Stage. Und unsere Zeit ist auch schon aus. Das ist ein klein wenig doof. Ähm. Ja, dann beenden wir wieder mal im Casino. Ich hoffe, der Ball hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.